Welt, ist das bei dir nicht auch so? Nö, bei mir ist alles normal. Das fehlt auf jeden Fall, so einem entspannten Spiel. Dass da einfach random Dudes reinkommen und den ganzen Spielstand-Klops nehmen. Fun-Joker mir bringen, ja? Ach so, okay. Wir haben die Leute, die keine Witze verstehen können. Ja, bei mir stimmt auf jeden Fall bugtechnisch irgendwas nicht. Ich muss gleich mal raus und rein räumen. Ich speichere mal vorher, ne? Warte mal, wir müssen ja gleich erst noch Stämme einsortieren. Ach stimmt. Komm mal. Bidi, bidi, bidi. Mana, mana, mana. Das dauert der für immer. Jo, er beschwert sich jetzt schon. Aber wir machen das locksparendste Systemverfahren hier. Ja, das ist auch gleichzeitig das aufwendigste. Ja, wieso? Komm, wie wenige lockst du nur brauchtest, um so hoch zu bauen. Ach ja, hier, hier. Aber jetzt hast du das ja so diagonal. Genau so, wie wir es ja nicht haben wollten. Ne, geh mal einen Schritt weiter. Ja. Jetzt denkst du, oh no, da ist der Abgrund. Aber da ist ja kein Abgrund mehr. Ja doch, da ist doch ein Abgrund. Ja, guck mal nach unten, dann siehst du, wie das System weitergebaut wird. Ach, du willst auf jeder Etage nochmal so außen dringen? Okay. Jo, okay. Ich muss auf jeden Fall neu starten. Vernünftige Etagen. Krass. Einfach als wäre hier so ein riesen, also so ein gigantisch großer Dude unter der Map. Ja, ne, ich hab schlafen gedrückt anstatt speichern. Jetzt bin ich in der Nacht wach geworden. Geil, und jetzt muss ich hier speichern. Oh, ne. Oh, ne. Hoffentlich hätte er jetzt nicht unter der Map so ein riesen Survival oder sowas gespaunt, oder weiß ich nicht. Ich dachte mal das spiel grad neu. Mit der save chorUIst oder so. Nichts geht. Yeses. Ist das laut. So. Posten. Weiter spielen. Ja, man. Schon um 5.16 Uhr reingelegt in den Flot. So. Mehr Spiele lobby. Selber Name. Woran sehe ich jetzt, ob das ein eigener... Muss man das irgendwo einstellen? Wahrscheinlich nur ein bestellen. Ja, keine Ahnung. Das wird schon nicht nochmal passieren. Ah, hier. Ja, nur Freunde aus. An. Leng. War tatsächlich aus. Dann tut es mir auf jeden Fall leid für den einen, der sich dachte so, oh cool, endlich Leute, mit denen ich zocken kann auf einem Server. Wo sind die denn? Zack. Gebannt. Hey, wer ist das denn? Boah, kick den. Wahrscheinlich noch so meinen alten Rechner. Er lädt noch so rein. Er hat ihn reingeladen. Also ja, mal gucken, wo die... Wie jetzt? Einfach einen öffentlichen Server machen, um alle zu kicken und banden direkt. Wenn jemand auf den Server kommt. Oder hat er uns halt auch gesucht und er denkt sich so, Alter, wo seid ihr? Ich laufe schon seit 10 Minuten in diese Richtung. Und überall sind Mutanten, weil er auf der anderen Seite erspawnt. Die wird es ja nicht richtig erreichen. Nicht vernünftig. Das könnte schon wirklich gefährlich sein. Können wir beide mal mit so einem Gleiter, ne, so einem Buggy holen, das elektrische Rad. Dann mal gucken, wie gefährlich der Rückweg wird. Ich weiß zwar nicht, ob der respawnt, aber ja, wir haben ja dann die Gleiter dabei. Also ist das ja auf jeden Fall möglich. Das müsste ja jetzt gleich Tag werden, oder? 6 Uhr? 7 Uhr? Ist ja Sommer jetzt. Oder Frühling? Früchtling. Frühling. Äh, dauert er dann noch ein bisschen. Äh, bisschen? Ja, ja, alles klar. Scheiße. So. Jam, 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 jam. Alles schaffend, ne? Du kannst aber nicht nachmachen. Doch, du hast es einmal fast perfekt nachgemacht. Naja, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist aber auch so ein ganz... Ich dachte dafür, den Stimmbruch Nummer 3, ne? Ich glaube, damit ging das. Es ist so ein ganz krasser Ton, auf jeden Fall, in der Art. Erstmal hier ausmachen, damit ich was sehe. Ich habe auch schon... Bei mir ist es auch schon ein Darkness sein U-Großvater. Ne, ich habe mir gerade nur vorgestellt, die kann etwas dunkler als dunkel sein, aber... Ja, ich habe das auf jeden Fall drauf. Ne, 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 ne. Da bin ich wieder. Ich habe einfach Licht. Jo, warte mal. Dreh ich schon mal zu mir um. Guck mal im Street. Cool. Das ist sogar teilweise realistisch, ne? Du könntest ja mein Gesicht nicht sehen. Guck dir das an. Ja, ich bin halt, äh, schon... Juhu, Alter. Ich stand schon gut im Feuer drin, sagen wir mal so, ne? Das ist echt so. Bist du zu viel von der Sonne mitgenommen im Winter, ne? Boah. So, ich baue jetzt aber auch erstmal da oben irgendwo ein paar Seide rein und so. Das ist... Ja, das ist zu risky mittlerweile. Hm. Hier kommt man aber irgendwie hoch, oder wo ist das Problem? Nein. Oder baue ich das jetzt erstmal noch? Warte, wenn ich das Ende bauen will, dann... Oh. Ist sehr eng. Da vorne, dann müsste ich da eigentlich schon dran kommen. Dann müssen wir die Höhe von dem anderen haben. Oh. Und? Fällt ich runter? Nee. Ja, oh, geil. Arminat. Zack. Dann. Sind da zwei Seide? Nein. Das heißt, wir müssen auch einen zweiten einfach setzen. Ja, genau. Oh, sorry. Ich will schon mal gesagt haben. Hä, wo sitzt ich die ein? Ach, wieder oben. Okay. Wusste ich. Ja, die Links können weg, die... Die Diagonalen sind weg. Das müsste jetzt die letzte Höhe sein. Das kann man nur herausfinden. A, wenn man drauf steht. Oder... Wenn ich hier schon mal anfange, die andere Seite hochzubauen... Wenn wir jetzt zu 100% gerade müssen wir ja auch nicht sein. Verstehen Sie? Können wir aber ausschließlich wegen des Sees. Des Sees. Wir können nur auf einer Höhe sein. Nee, du kannst ja jetzt auch, weil du hier immer Etagen skippst, theoretisch eine Etage Höhe rauskommen. Aber das wäre ja egal, weil selbst wenn du von oben nach unten eine Hängebrücke auf die Seite da baust, ist ja trotzdem eine Verbindung da. Holy shit. Ich wäre fast rübergelaufen und runtergesprungen. Ich verstehe direkt, Alter. Was ich das angehört habe. Würde man da... Ich habe ja übelst den Kloß im Hals. Oha. Der Kloß da, boy. Nee, weißt du, ich baue jetzt hier alles vernünftig erstmal zu Ende. So. Reicht mir jetzt. Irgendwann. So. Durch die Eisdecke durch, ne? Ja, ja. Du findest immer noch eine Eisdecke, ne? Natürlich. Was auch sonst? Weiß man noch, weiß man noch. Hier ist alles so karl gerodet, ne? Holz holen. Was, ich kann weiter Holz holen? Ja, dann halt nicht. Dann bauen wir das halt nicht zu Ende. Niemals zu Ende. Ja, nee. Nee, mir geht's ja eher darum, dass schon fast kein Holz mehr hier rumgibt. Muss jetzt tatsächlich, glaube ich, so eine doppelte Verbindung bauen. Es gibt keinen Wayo mehr, der nah genug dran ist. Denn hier, äh, ich vermischt ein schimmelnder Baumstamm. Ja, gut, keine Ahnung. Ich könnte die da hochschießen, sehe ich gerade. Na. Ich fliege mich selber drüber. Das ist auch nie eine gute Idee gewesen. Ich verstehe gerade ein ganz anderes Problem. Eieieiei. Ja, okay. Also muss man das ja auch um die hänken. Ja, okay. Was hast du mitgekriegt? Ich muss wirklich zwei Verbindungen machen. Ich glaube es geht gar nicht anders. Aber soll ich die jetzt da hochschießen oder nicht, die Baumstämme? Wenn du da ein Lager baust, sonst fängt die alle in den See. Wenn ich da ein Lager baue. Das muss ja auch noch alles funktionieren und so. Ne, ne, das funktioniert schon. Ja guck. Sing, sing, sung mache ich einfach. Warum darf ich hier kein Ding bauen? Aber eh auch. Zack. Nee, ist das eine lange Sipplein. Nee, 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 nee. Sing. Helvin kommt. Sehr gut. Helvin muss rennen. Wenn ich hier überseitige komplett das Auenland. Helv dir auch. Du musst mal gleich ein Auge darauf haben, wie das mit den Baumstämmen funktioniert jetzt. Die ersten Bar kommen jetzt. Von den See. Da. Fallen alle vorher ab. Komm. Alles Gute ist, ich kann die halt wiederholen nachher, ne? Weil ich kann ja auf den See laufen. Ja, das stimmt. Hä, echt? Aber das ist ja nicht der... Ja, das sehe ich hier. Nein. Nein. Ja, ich... Ja, da muss ich einen anderen Winkel haben. Die müssen ja irgendwie da reinfallen können noch. Ah, ich weiß wo. Ja, ja, ja. Ich erstmal die Leinen kappen, ja. Nein, hab ich Leinen gehabt? Ja. Okay. Kommen die nächsten Baumstände? interesting und dann haben wir ein Loch ja keine Ahnung, ich muss das unten wieder abbauen nein Kevin baut auch noch den Baum ab presst das hallo nein, nein, der Baum nicht ja, jetzt hängt die Schnur in der Luft ne doch, cool Kevin ja uff kannst du dich auf der anderen Seite zukehrweise abbauen was willst du? ne, ich komme mal gucken ach, das heißt, das Götter ist weg hat einfach den Baum abgebaut ne, ich bin einfach in der Luft hingeblieben ja, kitzig ah, Luft ne, ich bin einfach in der Luft ne, ich bin einfach in der Luft Was hab ich erst gemacht? Ich hab an den Baumschiff vorbeigeschossen, ne? Ne Ich hab den Baumschiff. Das wurde das. Ich hab den Baumschiff wieder aufgenommen. Ich hab eine Brüfe hochgebrht. Ich hab den Baumschiff geschlossen. Ich habe den Baumschiff. Ich hab den Baumschiff. Hände ich, ich habe den Baumschiff, ein Schiff. Ich hab den Baumschiff. Das war es wie ein Eiweiß. naja es muss ja nur für die Baumstämme funktionieren ansonsten muss man kurz mal in der Mitte eine Wand hochziehen oder so dass man da einen Block hat wo die Gegend fallen können wenn das jetzt schon wieder nicht klappt und bis jetzt sieht doch gut aus oder nein schön müsste klappen oder hast du bis jetzt einen drüber fliegen sehen hier liegt keiner weiß ich mach einfach weiter oh ok Ja, das ist ja... Lars, Lars. Wee. 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 Das war's. Ah, go. Oha, Schiefspeller-Kebab. Mit Demeter am Ende, wenn man runterfällt. Das ist für mich den Liebsten, soll ich sagen. Ohne Schaden macht das ja auch keinen Spaß. Das Geschwindigkeit. Okay. Während der hinten Calvin noch den westlichen Wald holt, ich zieh schon mal alles weg. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du kannst keine kleinen Steine mehr tragen. Du könnt hier nicht bauen. Oh, der hat eine Bombschnuppel abhauen. Geil, die Wire hängt schon wieder in der Luft. Hier ist ein Mutant. Der hat Calvin wieder one-shotted. Das ist einer wieder von diesen ganz ekligen. Ja, einfach schnell, Calvin. Das dauert dann nur eine Sekunde. Der Revive. Wenn das Ding ist, der chillt ja da und geht grad schon auf mich. Also, kann sein, dass ich auch dann da down gehe. Ah, ich hab übel wenig Leben. Kevin ist wieder down. Da sind zwei von denen. Ich bin jetzt auch gleich down, wenn ich da reingehe. Ja, dann, ich glaube, wir können nochmal Calvin. Okay. Gerettet. Dann ist er wieder down. Ja, ne ich jetzt auch gleich. Vor? Hä? Warum? Soll ich das noch haben, anscheinend direkt? Ja, Virginia ist auch noch am Start. Alles. Endlich. Das sind schon krasse Viecher. In jedem Fall. Jo, und er fängt direkt wieder an zu arbeiten. So wie ich. Ne, weil Calvin findest du halt gerade jetzt zweimal down. Ja, ich krieg Fällschaden hier. Dreimal. Die Viecher sind halt echt krass, wie schnell die sind in Kombination mit der, der Stärke also. Mich hätten die auch fast one-shotted mit einmal berühren. Mal ein bisschen Armor anziehen. Mal ein bisschen anziehen. Mal ein bisschen. Mal ein bisschen. Mal ein bisschen. Oh ja, danke für diese leckeren Beeren.